Let's do my do it in public, keep on normal public figure, public figure, I know I'm a public figure. Kommt halt jetzt. Die Girl Sam hat immer noch nicht gepackt, das bringt ja auch nichts, ob wir jetzt kommen oder in eine Stunde. Warum hat er nicht gepackt? Ihr habt nichts als Sam? Ja. Super. Zeig! Haha, das ist ein Battle Baby-Joke. Oh Gott! Zeig! Ja, wir sind da. Pull up. Kannst rauskommen. Okay. Komm mal. Ja. Ja. Du süße Hundi. Du süße Hundi. Du süße Hundi. Ich kann nochmals da so ein Speed rush durch die Hunde. Licht flächte man ja nicht in die Fresse, du Peach. Eika, komm. Aufgestanden. Danke, komm. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Die Fahrt oder jetzt die erste Eindruck? Was sagt ihr? Assi. Wir lieben Paris, Bro. Wir lieben Paris. Was sagt ihr? Denken wir mal die kleinen Lutsche auf, die waren sie nicht fertig machen. Okay. Wir sehen schon mal Kitts Augen an. Mach ich mal in den Augen. Das ist echt geil, dass ich sie hat. For real, krass. Shit. Was soll das sein? Mein Kitt steht erst so üstrot in den Augen. For real. Ja. Wir sind 30 Minuten da, hatten Stress mit der Vermieterin und wären fast rausgeflogen und haben Partyverbot für Silvester. Oh, life's tough. Life is good, man. Piss dich mal, Digga. Ich muss... Schlau. Ich dachte, der geht nicht, der Fernseher. Wie Wichs. Aufrube, das gefällt dir, gell? Schlau. 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 Sind wir fertig? Sam, hast du auch deine Uhrzeit dabei? Anschnallen. Das ist eigentlich die First. Hier ist meine Pfeife. Stopp! Schalt! Okay, Klassiker wieder bei uns. 13 Uhr sollte Abfahrt sein. Wir schauen auf die Uhr. Eine Stunde später. Aber wir sind jetzt bereit. Let's go. Wir sind bereit? Oh, wir sind bereit. Wir sind bereit. Warte, warte, warte. Er will. Er will. Ich liebe dich. Er ist unter Beobachtung. Er ist unter Beobachtung. Er ist unter Beobachtung. Oh. Die haben jetzt so geheckt. No smoking, no. Nicht telefonieren, gar nichts. Reise sein, Jungs. Leise sein. Warum musst du den Masken fahren? Ja, oh Gott, Digga. Das ist hier so Horrorfilm. Ich check's halt nicht, Digga. Stimmt. Was macht das Sinn, wenn man da drin nicht reden darf? Nicht telefonieren, Digga. Nicht telefonieren, Digga. Und telefonieren darf nicht. Das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, das darf man nicht mal verliefen. Sobald du diese Tür durchtritt, musst du so Schnauze helfen. Wieso ist das irgendein scheiß Restaurant? Wir brauchen was zu essen. Wir sind alle am Starven. Jeder hat seit 24 Stunden nichts mehr gegessen. Die Jungs haben gesagt, sie wissen noch, wo ein gutes Restaurant für Pasta ist. Also vertrauen wir ihnen mal. Schauen wir mal. Limoncello. Aufs Haus? Mal schauen, wie es schmeckt, Digga. Ja, gut. Hat was Süßes? Nachgeschmack. Ist okay. Bisschen bitter, finde ich. Ich bin ja Alkohol nicht mehr gewohnt. Bisschen bitter, der Nachgeschmack, aber... Du musst schon nachttrinken, der junge Mann. Nein, Digga, nein. Das war nicht mit dir. Ja, Mann auch. Ne, war gut. Nett, dass das aus Hausten macht. Ja, aber das einzige, was halt dumm ist, ist Rauchen. Weil wenn wir hier drin laut sind, hört man nicht bis drüben. Aber wenn hier dauerhaft die Tür offen ist und Leute beim Rauchen sind... Ja, eben, aber was denn da? Ja, gestern hat es... Heute flitzt du auch von Musik am Handy an. Was für eine Laufstrecke? 3 Minuten. Das hat man nach draußen gehört. Ja, das ist gut. Nicht leise, sondern so. Ja, das wäre... Die facken sich ja ab, wenn Leute da draußen stehen. Das mögen die ja nicht. Ja, die facken sich ja ab, weil die Musik zu laut ist. Weil hier oben... Wir hatten doch gestern Musik an oben, Digga. Das war ja gar nicht laut, Digga. Weil hier ist halt schon laut, Digga. Wollen wir dann alle rausgehen zu brauchen, dann ist es halt besser. Crazy, Digga. Ja, aber eigentlich egal. Das war ja noch nicht. Let's douy. Das war ja. Die Flasche. Die Flasche. Ja, das war nicht. Das waren ziemlich machiniert. Aber wir haben ja nicht. Die Flasche. Das war ja noch. Du meinst. Oh nein, ich bin mir mal... Ich hab mal. Kitas. Wolle mich auf die Frage. Blowing up my phone cause she just seen me with my new bae Heartbreaker ladies love me like I'm QJ Last two survivors Relay Fill of the day, show me the fill of the day Dark Souls, Zara pants, Zara in the hoodie As always We are now going to the club and everyone who says he can't explain baddies He is a loser Everyone who is a bachelor baby, buys a course To get info on how to explain how to go there How to go to the club, how to celebrate, how to write girls It doesn't make sense If you are a 5 of 10 If you are a 5 of 10 Was macht ihr dann? Ihr so fuck, wie mach ich das, wie mach ich das Nein, nicht wie mach ich, wie mach ich, wie mach ich Geht ins Schirm, holt euch einen crazy Körper Auf einmal seid ihr upgraded auf eine 6 von 10 Von 5 auf 6 Dann holt ihr euch ein paar Tattoos Ihr holt euch ein paar Tattoos Auf einmal seid ihr eine 7 von 10 Dann geht ihr einkaufen Holt ihr euch ein paar nice and fits Es muss nicht teuer sein Geht zu Zara, holt ihr ein paar nice and fits Auf einmal seid ihr eine 8 von 10 Wow Erstmal seid ihr eine 5 von 10 Auf einmal habt ihr ein halbes Jahr Ihr seid eine 8 von 10 Dann setzt ihr euch ein Jahr hin Grinders Scheiß auf Club gehen Scheiß auf Club gehen Machst dein Cash Baust dir irgendwas auf Auf einmal bist du eine 9 von 10 Was willst du mehr? Du pushst von einer 5 auf eine 9 innerhalb von einem Jahr Heißt du brauchst keinen Kurs Du brauchst keine Hilfe Du brauchst dir nicht angucken Du brauchst keinen Bachelor Baby So geht dein Geht die shit ab Und dann kriegst du von der Leine All die Darts Jungs Ein kleiner Retalk Zu Club Ich glaub wir hatten alle die Phase Wenn ihr above 18 seid Jedes Wochenende in den Club gehen Denken wir Klären Bitches Und es passiert nichts Ego ist gekränkt Aber ihr müsst eine Sache straight bekommen One Thing Und das ist Ihr müsst euch immer über alles setzen Euren Körper Euer Mind Mein Bro hat's grad eben schon gesagt Gettet euren shit straight Und dann kommt alles andere von alleine Krasse Jungs Wir gehen jetzt weiter Wir sehen uns im Club Okay Same Kid Frauen finaisen Bitches finaisen Sippen Spaß haben mit den Jungs Und dann geht's ab Sam Sam ist gekommen Wo bist du? Wo bist du? Er hat hallo und liegt auf Und Statusupdate Wir warten immer noch auf Sam 20 Minuten sind vergangen Wird auch in den nächsten 10 Minuten Ich kann schauen warum er weg ist Ja Vermutungen was er gemacht hat? Dort getroffen Ich denke eigentlich Irgendwann mit Marmor Nee Dann geht er nicht wieder sehen Ah was ist deine Vermutung? Er hat sich mit einer Dort getroffen Ja Ja 100% Ich glaube der Telefonierleiter Telefonier Auch mit einer Dort Ah Ich sag Der Boy ist zu drunk Hat gedacht Er trifft sich mit einer Dort Und Checkt einfach sein Leben nicht mehr Das ist crazy Ja lass es aufsteigen Ich brauche das in Schein immer noch Achso Ich hab's aufgemacht Was für eine Freude Hast du Kämpfer? Ja Gut für dich Hast du welche gekauft? Ja Digga jetzt müssen wir so Zuhause Auf real Ich hab die Anderen jetzt in Club gedroppt Dann fahr jetzt halt gerade zu einer Dort Ich sehe sie halt nicht und sie schreibt nicht mehr Jetzt gehen wir kurz einkaufen Und dann schauen wir weiter Man findet hier nichts WTF So Für alle anderen Was ausgeholt Und jetzt Gehen wir weiter Hm? Aufstehen Wie war dein Slip? Hm? Wie war dein Slip? Passt 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 Weißt du wo du bist? Der dicke Aufstehen Wie ist das? Ich hab's doch Neun Gute Zeit Ich hab's doch Zehn Ich hab's doch Schau mal aus Oder was? Ah digga wir geh Esst was Bitte Komm Jan mach runter Um zehn kmsch Zehn zu spät Warum dann? Weil zehn zu spät ist Puh Ich bin Croissants Direkt aus dem Einkaufen dafür Dafür dass sie weiterpennen Und ich jetzt alleine frühstücken kann Meine doch Ein Gehe Das ist ist es Das ist Ich hab das mit einer Bät Bät? Ja Aber mit einer Bittung Was hast du jetzt Neigestein Die sind gestrept ab und die sind noch nie in der nächsten Festivals mit New Zealand. Wie kommt ihr jetzt noch nach Neu-Sieg an? Es funktioniert schon wieder. Stummt ihr schon wieder gar nicht mehr, wie ich sehe. Wir haben euch auch noch ein bisschen gehalten. Ja, also ich wollte jetzt da haben. Der ist jetzt so nice. Schreib mal, vielleicht kommt sie noch. Jo, Safety kommt sie. Sag mal, ich bin dann noch. Ja, zumindest. Klaus-Karten, die hier mit Kölnchen. Die sind hier, die Kölnchen. Nee. Ja. Ich lieg dann so drin. Ich so, ja. Seid jetzt fertig, Digga. Auf einmal muss ich da so chillen. Dann die so. Okay, Digga. Dann ich so. Was war das jetzt, Digga? Mal küsst ihr meine Nase, mein Kinn. Oben, unten, leicht links. Alles ab. Ja, Digga. So Boyfriend oder so. Ja, irgendwie. Die hat einfach liebe gestanden. Die kann geschlafen. Ja. Ja. Da müssen wir Camp trainen, um auch auszunehmen. Habe ich meine Kärle? Böse. Aber deine. Der Wind, der ist arzt. Jetzt müssen wir die letzten Vorbereitungen für die Party noch machen. Unten sind schon unsere Homies. PublicFickerTV, alle abonnieren. Wir müssen uns verfolgen. Wir machen weiterhin crazy Content. Wir sind für euch auf allen Plattformen unterwegs. Twitch wird angefangen und kommt aber noch. Insta, TikTok. Ihr könnt es überall finden. Jetzt müssen wir noch die letzten Party-Klärungen machen. Top 10 Essentials. Die Party und dann schauen wir weiter. Hi. Hallo. Hi. Do you know who I am? Yes, of course, David. Oh, good. Very good. After midnight, I'm going out. You're going out? Yeah. You should go out with me. Yeah, I'm coming. You're coming? I come, I come. Okay. Do you know the address? Should I send you the address? You send me the address. I'll send you the address, okay. I'm coming with two friends. You're coming with two friends? Yeah, three girls. Three girls, okay. But you're going to be my midnight kiss, okay? New Year's kiss. Yeah. Okay, perfect. Of course. I'll text you the details. Huh? I'm going to text you the address. Okay. Okay. Alright, see you. See you later. It's where the animals get sick and then they go to the bathroom. It's good, but outside it looks so scary. It's crazy. Okay. Hi. Hi. Nice to meet you. How are the musicians in the car? Hi. 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 I love you. Hi. I love you. Nice to meet you. Hi. I love you too. You want me to cook for the finish? No. I want you to cook. No. It's not. I'm going to play about that. Not a ride, bro. I'm talking about this paper. You can play if you want to. I let them say what they want her. I'm ready for all this shit. No matter where you want to talk about it,